Das solltest du dir mal ansehen, Onkel. Was? Da steht ein weißer Mann auf der Straße. Ich hab schon mal einen gesehen. Aber so einen noch nicht. Ruf sofort die Polizei an. Sag den Bullen, sie sollen sich beilen, ihr wird gleich jemand gekillt. Und dann macht ihr, dass ihr in die Schule kommt? Ja. Ja. Gut. Morgen. Morgen. Ein wunderschöner Tag heute, Sir. Geht's Ihnen gut? Ich will ja nicht persönlich werden. Aber ein weißer Mann, der in Harlem ein Schild trägt, auf dem ich hasse Nigger steht, hat entweder ein paar ernste private Probleme oder nicht alle Tasten im Schrank. Hey Mann, ich rede mit Ihnen. Also, Sie haben etwa zehn Sekunden, bis diese Typen Sie sehen. Und dann wird es furchtbar, dann sind Sie dran. Haben Sie verstanden? Ich glaube, das wird heute nicht ein Tag. Absolut nicht. Kann ich mir denken. Jochen, ich weiß es nicht. Danke. Ich weiß es nicht. Ja. Und wir müssen jetzt auch nicht mehr und wir müssen, Und wir müssen, wir müssen uns hinbekommen. Vielen Dank.